Sosa, guter Freistoß. Kalejcic! Sasa Kalejcic! Sosa auf Sasa! Ganz schön viel Platz. Erste Näherung von Köln. Der Abschluss war nicht so gut, aber er hatte ordentlich Platz. Das war gut von Skiri, dann läuft er rein und jagt er jetzt zum Glück 5 Meter drüber, aber das ging ein bisschen einfach und auch keine Sau bei ihm. Endo kommt vielleicht noch am Ende hin, aber niemand bei ihm sonst. Und runter, kommt an, Förster, Mangala, Förster, schön gespielt. Schön, Mangala, Abschluss! Schießt doch, Mann! Ach, meine Fresse, schieß halt! Das war wirklich eine richtig schöne Kombination nach vorne. Mangala und er will nochmal auf Kalejcic reinlegen, aber der kam nicht durch. Die Idee ist ja okay, aber dann schließe lieber selber ab, statt dann auf zwei Kölner reinzuspielen in der Hoffnung, dass er auf Kalejcic ankommt. Sehr, sehr schade. Deswegen werdet ihr, wenn ihr hier den Stream schaut und das Spiel auf dem Fernseher, werdet ihr immer sehr viel früher dran sein als ich. Sosa, guter Freistoß! Kalejcic! Sasa Kalejcic! Sosa auf Sasa! Ist das geil! Ich würde sehr gerne mal wissen, was da die Statistiken sind. Jetzt kannst du runterscrollen. Wie viel Sosa schon auf Sasa aufgelegt hat, das würde ich wirklich gerne mal sehen. Geil! Sensationeller Freistoß! Hat der ein Spin und Kalejcic! Wunderschöner Kopfball in die lange Ecke! Wunderbar! Drei Minuten nach Wiederbeginn! Drei, vier Minuten nach Wiederbeginn! Traumhaft! Wunderschöner Kopfball, wunderschöner Freistoß! Ne? Ich sag's ja, ich sag's ja! Wenn es spielerisch nicht klappt, dann halt über die Standards! Einzelaktion oder Standards? Jetzt ist es ein Standard gewesen. Würde ich sehr gerne mal wissen, wie viele Tore jetzt schon zwischen Sosa und Sasa liegen quasi. Ist für keinen irgendwie groß verdient, weil das Spiel bisher absoluter Vollrotz war, aber wir hatten schon mehr vom Spiel, deswegen geht's für uns, glaube ich, noch mehr in Ordnung, als wenn Köln jetzt hier ein Tor gemacht hätte. Aber interessanter Fakt vom Kommentator, Köln hat bisher bisher noch kein Spiel gedreht. Heißt, unsere Führung ist schon mal ein gutes Zeichen. So, Endo. Boah, er läuft einfach mal frei durch. Hoch auf Kalajcic. Er schießt nicht. Silas! Boah! Stark gehalten von Horn. Ich sag nur Ohr. Und Eckball. Endo stark durchgelaufen. Spielt ein Hoch auf Kalajcic. Der vertendelt. Spielt noch auf Silas zum Glück. Ja, und dann stark reagiert von Horn. Gucken. Runter auf Sosa. Ah, der war nicht wirklich gut für Sosa, der Ball. Der bleibt im Feld. Weiter geht's. Castro. Hoch Mangala. Auf Endo. Schiebt ihn durch auf Förster. Der hoch auf Silas. Ich gucke gerade. Ah, der schießt einfach mal. Sichere Parade für Horn. Aber eine Ecke provoziert. Eckball für uns. Hoch auf Max Meier. Boah, das ist ein starker Ball auf Dennis. Kobel verschätzt sich. Boah! Junger Vater. Da haben wir gerade ganz eng am 1 zu 1 vorbeigeschrappt. Ganz eng dran vorbei. Starker Ball. Abseits war es vermutlich sogar nicht. Kobel verschätzt sich. Macht den Bredlow-Move. Kommt raus. Muss wieder zurück. Dann legt er sich schön vorbei an Anton. Und dann jagt er halt wirklich zum Glück weit über den Knick. Junger Vater. Da war deutlich mehr drin. Hat auch wieder ein bisschen arg viel Platz. Und der kommt auch wieder durch auf Özcan. Der schließt. Ach du heilige Scheiße. Der holt mal den linken Hammer raus und jagt ihn an die Latte. Boah, Junge. Das Ding klatscht volle Kanne an die Latte. Leckumio. Da hat man richtig Glück. Und Özcan ein paar Meter zu viel gegeben. Dann schließt er ab und an die Latte. Deswegen wäre ich nicht wirklich abgeneigt, hier 0 zu 2 Mal zu sehen. Aber es fährt auch keine Aktion nach vorne mehr. Das läuft gerade alles genau in die Richtung, wie es hier in Berlin gelaufen ist. Es läuft genau in die Richtung, dass wir uns irgendwann 83. 84. das 1 zu 1 fangen, das 1 zu 1 ausgeht. Es läuft genau in die Richtung leider. Ja, schön. Mangala. Nochmal Endo. Tommy. Schön. Jetzt Klimovic. Tempo und Platz. Lauf einfach. Mangala. Und der Ball ist einfach scheiße. Was macht der da? Das hättest du wirklich locker schön ausspielen können. Stark vom Karasso gearbeitet. Anton. Ball zurück auf Kurbel. Der darf ihn wegschlagen. Und dann ist das Spiel quasi vorbei. Schlagt das Ding weg. 3 Minuten 50 gleich. Und er kommt sogar auf Tommy. Ja, der wird gefoult. Ja, okay. Er lässt die lockere Linie weiter durch. Kein Foul. Okay. Aber wieder sehr interessant. Und er pfeift ab. Sehr schön. Thema erledigt. Alles andere als ein geiles Spiel. 0,5 x Go ist für Köln. 0,5 x Go ist für uns. Alles andere als ein Spiel, was es wert war anzugucken. Aber wir haben gewonnen. Kann mich kurz halten, was das Fazit angeht. Stinklangweiliger Kick. Überhaupt nicht interessant. Erste Halbzeit. Beide jeweils eine halbe Chance gehabt. Zweite Halbzeit. Richtig geil. Top Bude. Traumflanke. Sosa. Schöner Kopfball Kalajdzic. Das klappt einfach zwischen den beiden. Ist einfach wirklich eine absolute Waffe für uns da vorne. Und dann am Ende sinnlos wieder Angst bekommen, dass es noch 1 zu 1 spielt. Wirklich sehr, sehr sinnlos. Aber ist ja diesmal nicht passiert. Wir gegen Berlin haben irgendwie noch Stand gehalten am Ende. Halt aber halt auch wieder nichts dafür getan, irgendwie groß und noch das 0 zu 2 zu machen, was ich ein bisschen schade fand. Aber wichtiger Sieg. Und weiter. Meine Punktevorrechnung und meine Punktehoffnung bleibt. Berlin ein Punkt. Ist passiert. Köln gewinnen. Ist passiert. Jetzt noch Schalke gewinnen. Und dann haben wir im Abstiegskampf nichts mehr zu tun im Normalfall. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.